Musik Der Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt besteht aus sieben Themenmärkten, wie hier zum Beispiel aus dem Handwerkermarkt auf dem Marktplatz mit vielem Kunsthandwerk und einem historischen Kinderkarussell. Musik Dem Engelchenmarkt auf dem Heinrich-Heide-Platz mit der höchsten Engeldichte der Stadt. Dem Sternchenmarkt hinterm Wilhelm-Marx-Haus mit einer kalten Winteratmosphäre. Dem Märchenmarkt auf dem Shadow-Platz mit einer Märchenwelt für Groß und Klein. Dem Kühlbogenmarkt auf dem Joachim-Erwin-Platz mit viel Feuer und Musik. Und dem Shadow-Markt auf der Shadow-Straße, direkt neben vielen Geschäften. Das ist super, wenn man noch shoppen möchte, es sei denn, es ist Sonntag. Musik